Neemless Media veröffentlicht stumme Zeugen aus dem Jahre 1995 in drei verschiedenen Mediabook-Cover-Varianten. Jede Cover-Variante ist dabei limitiert auf 500 Exemplare. Der Film feiert mit dieser Mediabook-Veröffentlichung seine deutsche UHD-Premiere und auch HD-Premiere. Veröffentlichungsdatum ist dann nächste Woche am Black Friday, der 24. November 2023. Und vorbestellen kann man sich die Mediabooks ab Dienstag, dem 21. November 2023 ab circa 15 Uhr im Nameless-Shop. Wir gucken uns dann mal an, was Cover-Variante A so alles zu bieten hat. Sehen hier das Motiv, was auch schon auf der DVD drauf war. Das finde ich richtig cool. Vor allem der Schriftzug hier unten, das Stumme, ist wie so eine Art Naht gemacht worden über die Lippen. Und der Titelschriftzug, der wurde auch noch mit Spotlack veredelt, wie wir das hier sehen können. Und das Ganze hebt sich somit wunderbar vom matten Hintergrund ab. Auch bei den Augen haben wir diesen Effekt. Ist bloß ein bisschen schwierig einzufangen, weil es hier oben doch recht hell wird und das Ganze sich ein wenig mit dem Licht der Softbox beißt. Aber ich denke mal, man kann es dennoch gut erkennen. Also hier vorne schon mal eine richtig schöne Spielerei. Dann haben wir hier den Spine. Oben nochmal der Hinweis, dass es sich hierbei um eine Blu-ray und 4K Ultra HD Veröffentlichung handelt. Darunter haben wir nochmal das Bild von vorne ohne Schriftzug. Und darunter ist dann der Schriftzug. Und wie man sehen kann, ist das Ganze hier auch nochmal glänzend veredelt worden. Wunderbar. Und darunter noch das Nameless-Logo. Auf der Rückseite haben wir eine Inhaltsangabe und daneben ein paar Szenenfotos. Diese sind umrahmt von einem Filmcell. Und das passt natürlich wunderbar zum Film. Denn darin wird ein Film in Moskau gedreht. Wir haben eine hübsche Maskenbildnerin, die stumm ist und dann zeugen wird, wie hier ein Snuff-Movie gedreht wurde. Und ab diesem Moment schwebt ihr eigenes Leben natürlich in Gefahr. Und niemand glaubt ihr, weil sie sich eben an einem Filmset befindet. Und man das Ganze als eine Art Trickserei so herunter macht. Und ab da wird es dann auch richtig spannend. Zum Film selbst habe ich euch schon eine ausführliche Filmkritik auf meinem Kanal verfasst. Die verlinke ich euch selbstverständlich nochmal unten in der Videobeschreibung. Und da bekommt ihr dann alles eben nochmal etwas genauer und ausführlicher zum Film erklärt. Wir gucken uns jetzt das Mediabook hier auf der Rückseite weiter an. Sehen hier ebenfalls ein paar Elemente schön mit Spotlack veredelt. Und ganz unten haben wir dann noch die technische Ausstattung und dann auch noch das Bildformat. Extras gibt es leider nichts großartig außer den Trailer und der Hinweis zum Produktionsdatum USA 1995. Dann schlagen wir das Mediabook einmal auf. Haben hier vorne nochmal unsere stumme Zeugen. Vom Stilmittel her wieder schwarz-weiß mit roten Elementen. Haben wir in der Vergangenheit jetzt auch schon des öfteren Beinehmlis gesehen. Und hier drüben ist der Filmsell eben in rot gehalten. Erinnert stark an 8 mm. Passt aber wie gesagt hier wunderbar auch zu diesem Film. Und auch die Verschmutzungen und die Kratzer hier, die passen auch zu der Produktionsart und auch zum Bild des Films. Also, dann gucken wir uns mal den Booklet-Text etwas genauer an. Haben hier wieder einen Text von Wolfgang Brunner. Der beginnt mit einer Art Inhaltsangabe zum Film. Da spricht er nochmal ausgiebig darüber, was hier alles zu sehen ist. Wir bekommen auch den Hinweis, der Text enthält Spoiler. Also bitte erst Nachsichtung des Films durchlesen. Ja, das kann ich nur empfehlen. Und dann geht es weiter mit Wieso glaubt mir niemand das Bild der Frau im Film. Da geht es darum, dass man früher die Frauen relativ schwach dargestellt hat. Ja, die ohne einen männlichen Sidekick hier kaum zu überleben wissen. Das Ganze hatte natürlich auch ein paar Ausnahmen, wie zum Beispiel bei Alien oder auch Terminator. Das wissen wir und diese Rolle hat sich dann im Verlauf der Zeit natürlich geändert. Aber der Film greift hier nochmal das Thema auf, dass sich Frauen schwer Gehör verschaffen konnten. Speziell, wenn sie hier auch noch stumm sind. Man hat ihnen kaum geglaubt und sie konnten sich eben hier kaum irgendwie gegen diese Männerwelt durchsetzen. Und natürlich hat sich das im Verlauf der Zeit gewandelt. Speziell auch bei Horrorfilmen, wenn man allein an die Final Girls denkt. Ja, die wussten sich dann am Ende immer noch gut zu wehren. Dann werden hier dann auch noch Beispiele genannt, wie zum Beispiel Scream. Also Neve Campbell eben und dann gibt es noch weitere Filme, wie zum Beispiel Kill Bill oder auch Death Proof, wo sich die Frauen definitiv zu wehren wussten. So viel einmal dazu. Dann geht es um Mord vor laufender Kamera. Der Snuff-Film, da gab es ja zum einen die Gesichter des Todes, aber auch wie schon jetzt mehrfach erwähnt, 8mm oder Aserbian Film. Oder auch Peeping Tom. Das Thema im Film ist also nicht neu, wurde hier aber wirklich sehr gut und spannend verpackt. Dann haben wir noch einiges zum Regisseur. Hier geht es um sein Studium, was er danach alles gemacht hat, dass er eben auch noch American Werewolf in Paris gedreht hat. Und noch ein paar weitere Produktionen, bei denen er tätig war, dass er auch ein Komponist ist und sogar für den FC Bayern ein Lied geschrieben hat. Das erfährt man alles in diesem Text. Dann geht es weiter mit unserer Hauptdarstellerin, die eine russische Schauspielerin ist und zum Drehstart hier kaum ein Wort Englisch konnte. Da kam es ihr ja entgegen, dass sie hier auch keinen Text auswendig lernen musste. Und ja, das Ganze ist aber schon ein bisschen ironisch, weil auch sie musste sich dann ohne Sprachkenntnisse Gehör verschaffen und sich verständigen. Also das ist natürlich auch ganz witzig, hier noch allzu Informationen dazu zu bekommen. Wir haben noch Faye Ripley, die die Freundin sozusagen von unserer hübschen Maskenbildnerin hier spielt, die auch am Set mitarbeitet und ja, doch einiges an Screen Time hier hat. Auch ihre Karriere wird hier nochmal ganz kurz beleuchtet, genau wie die von Wilbert Hirsch. Der hat hier den Soundtrack beigesteuert, den Score und hat auch schon mit Anthony Waller zusammen an American Werewolf in Paris gearbeitet. Und dann werden eben noch weitere Kompositionen von ihm hier aufgeführt. Und zum Abschluss gibt es dann nochmal ein wenig Trivia. Soviel einmal dazu. Dann sind wir auch schon durch. Hier hinten haben wir die 4K UHD, auch die nimmt dieses Motiv nochmal mit auf. So schaut die Disc aus. Die Bildqualität der 4K-Scheibe ist leider nicht berauschend, wobei Rausch, das trifft es eigentlich ganz gut. Der Film rauscht gewaltig, aber finde ich persönlich besser, als wenn man hier das Ganze totgefiltert hätte und man am Ende irgendwelche Wachsgesichter hat. Aber für meinen Geschmack kam hier leider zu keiner Zeit ein UHD-Feeling auf. Eher so mittlere Blu-Way-Qualität. Ja, der Film stammt nun mal aus Mitte der 90er Jahre, ist eine B-Movie-Produktion. Und ich schätze mal, dass hier leider nicht mehr drin gewesen ist. Wir haben auch einen bräunlich-roten Farblook, speziell in den Innenräumen immer drüber. Das verfälscht natürlich auch die Farben. Und vom Detailgrad hier sind hier kaum irgendwelche knackigen, scharfen Details zu erkennen. Weder in den Gesichtern noch auf den Klamotten. Also das Bild wirkt immer etwas weich, an manchen Stellen etwas schärfer und an manchen Stellen dann wieder etwas unschärfer durchwachsen. So wie wir das zuletzt auch bei Maverick hatten. Also so viel einmal dazu. Zum Ton ist vielleicht noch zu sagen, dass die Stimmen jederzeit klar verständlich sind, aber man auch hier keine großen Wunder erwarten sollte. Dennoch kann man den Film natürlich ganz gut angucken und genießen. Er ist sowieso absolut empfehlenswert. Zu unbekannt für meinen Geschmack. Das habe ich dann auch schon bei meiner Filmkritik gemerkt. Aber die Leute, die den Film schon gesehen haben, die sind sich einig, dass das ein richtig cooler, spannender, teilweise auch humorvoller Thriller ist und definitiv mehr Aufmerksamkeit verdient hat. In diesem Sinne soll es das gewesen sein mit meiner Mediabook-Präsentation zu Stumme Zeugen. Wie gesagt, ab nächste Woche Dienstag, 21. November 2023, 15 Uhr im Nameless Media Shop und dann Veröffentlichungsdatum ist der Black Friday. Das war es von meiner Seite aus. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Auf bald, meine lieben Filmfreunde und Servus.